Wie ihr dem Titel des Videos schon entnehmen könnt, werde ich bald eine Reise nach Ägypten machen. Und das wird natürlich auch Auswirkungen auf meinen Kanal haben, also habe ich mir gedacht, dieses Format eignet sich ganz gut dafür, schon mal grob zu erzählen, was ich so vorhabe. Ich werde zwischen Januar und Februar für drei Wochen nach Ägypten fliegen. Am Anfang habe ich mir noch gedacht, wenn ich schon mal da unten bin, will ich auch gleich mehrere Stationen abhaken, wie man so unschön sagt, also gewissermaßen die Hotspot der ägyptischen Geschichte abklappern. Dann habe ich aber überlegt, dass es ja in Kairo und um Kairo herum allein schon so vieles gibt, was ich gerne sehen will, dass dafür allein drei Wochen schon gar nicht ausreichen werden. Und bevor ich dann meine Zeit mit Herumreisen in Ägypten verbringe, gehe ich lieber einmal mehr aufs Gizee Plateau oder ins ägyptische Museum oder so. Eine Reise nach Kairo passt ja auch thematisch gerade ganz gut. Wenn ihr meine letzten Videos gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich dabei bin, die ägyptische Geschichte zumindest in groben Zügen nachzuerzählen. Und momentan stehen wir dabei mit meinem letzten Video Aufbruch ins Pyramidenzeitalter am Beginn der dritten Dynastie. Und wieso erzähle ich das jetzt? Weil das bedeutet, dass die legendäre Vierte Dynastie auf uns wartet. Also Snothru, Cheops, Chephren und so weiter. Ihr wisst schon. Und ihr wisst natürlich auch, wo diese legendären Könige ihre Pyramiden gebaut haben. Natürlich in Kairo und um Kairo herum. Dass es damals noch nicht Kairo hieß und dass es Kairo damals auch noch gar nicht gab, das sollte, denke ich, klar sein. Damit werde ich endlich mal die Gelegenheit haben, die Geschichte Ägyptens nicht nur im Museum nachzuvollziehen oder in Büchern nachzulesen, sondern auch vor Ort selbst erleben zu können. Und dann habe ich mir gedacht, dass es schon Sinn macht, wenn ich mit der Fortsetzung meiner Reihe Geschichte Ägyptens noch warte, weil ich dann meine eigenen Erfahrungen mit in die kommenden Videos einarbeiten kann. Und hinzu kommt dann noch, dass ich in Ägypten von der einen oder anderen Pyramide auch ein paar Bilder schießen möchte, die ich dann natürlich für meinen Kanal verwenden kann. Und wenn ich Glück habe, werde ich es sogar im Ägyptischen Museum in Kairo fotografieren können. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das noch erlaubt ist. Früher war es das auf jeden Fall. Und dann müsste ich natürlich auch noch nachfragen dort, wie die das mit der Veröffentlichung handhaben. Das ist von Museum zu Museum halt verschieden. Ich habe zum Beispiel aus dem Ägyptischen Museum in München eine Zusage bekommen, dass ich Bilder aus dem Museum verwenden darf. Bei anderen ägyptischen Museen sieht es leider anders aus. Ja, optimal wäre natürlich, wenn ich Bilder aus dem Museum in Kairo für meinen Kanal verwenden könnte, weil dort ist halt so alles, was wichtig ist, aufbewahrt. Die allermeisten Bilder, die ich jetzt momentan verwende, stammen übrigens von der Webseite merezsegerbooks.com. Habe ich auch meistens unter meinen Videos, eigentlich immer unter meinen Videos verlinkt. Da kann man Fachliteratur kaufen und der Betreiber der Website hat auch ein eigenes Bilderarchiv. Eben die Bilder, die ich verwenden darf. Ja, ich werde also die vierte Dynastie bis zu meiner Rückkehr aus Ägypten im Februar aufsparen. Im Idealfall werde ich die Zeit bis dahin natürlich zur Vorbereitung und Recherche nutzen. Aber das ist jetzt schon sehr optimistisch gedacht. Bis es losgeht, möchte ich aber natürlich auch nicht untätig bleiben. Ich habe schon ein paar Ideen für Videos zu anderen Themen. Da wird bestimmt was kommen. Und abgesehen davon habe ich auch vor, noch ein Video zum Rest der dritten Dynastie zu machen, das dann wahrscheinlich so in den Weihnachtsferien oder so kommt. Zu meiner Reise möchte ich auch noch ausführlicher was erzählen. Zum Beispiel werde ich bestimmt hinterher ein bisschen von meinen Erfahrungen, die ich in Kairo gemacht habe, berichten. Allerdings weiß ich jetzt noch nicht genau, in welchem Rahmen und wie ich das dann machen werde. Also nochmal kurz zusammengefasst, ich werde eine Reise nach Ägypten machen und bis dahin die Geschichte Ägyptens erstmal pausieren. Zumindest wenn die dritte Dynastie abgeschlossen ist. An dieser Stelle kann ich jetzt auch schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste eigene Sache geben. Und zwar habe ich mir gedacht, ich erzähle nächstes Mal ein bisschen, wer ich bin und was meine ungefähren Pläne für die Zukunft sind. Es kann schon sein, dass es viele überhaupt nicht interessiert und das sieht man dann auch an den Klickzahlen. Aber ja, die allermeisten schauen meine Videos ja natürlich wegen dem Inhalt und nicht wegen meiner Person. Und das finde ich auch ganz gut so. Aber wenn es eine Handvoll Leute doch interessiert, dann freut mich das. Und das reicht mir auch schon vollkommen als Motivation, diese kleine Reihe eigene Sache fortzuführen.